Sehr geehrter Herr Rheintaler, lieber Anton, schön, dass du heute hier bist und die Zeit genommen hast für ein kurzes Gespräch. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Du bist als Komponist geistlicher Chormusik, als Kirchenmusiker und auch als Maler seit Jahrzehnten tätig. Woher beziehst du über so einen langen Zeitraum deine Inspiration und deine Motivation aus deinem persönlichen christlichen Glauben? Naja, zuerst in der Musik war es die Kindheit, Jugend im Betrenum mit ganz viel Musik, Studium und dann Verwirklichen der musikalischen Träume wie Pugnateteum und so weiter oder F. die Tutokarte auf der Urgel. Das habe ich eigentlich alles abgehackt und Bilder haben mich immer schon inspiriert, interessiert. Mein Onkel war ein Maler, der ist vor 50 Jahren gestorben und es dürfte da einiges hängen geblieben sein. Ich habe auch mit der Malerei erst richtig vor über 10 Jahren begonnen und habe mir da glaube ich sehr viel selber geholfen durch meine Malerei, durch viel gelbe Bilder und so weiter. Ja, das vermisst sich immer Musik und Malerei, wenn man so mit Farben an den Händen dann wieder zum Klavier geht, weil Farbe trocknen muss, so greift eins ins andere. Also ist es im Moment eine gute Mischung aus beidem oder? Ja, das ist je nach Bedarf einmal das mehr und einmal das andere mehr, wie es dazu kommt. Okay. Wir haben bei unserem Gründungskonzert im März auch ein Stück von dir urauffüllen dürfen. Das Konzert ist unter dem Titel Prayer gestanden und wir haben verschiedene musikalische Gebete aus verschiedenen Jahrhunderten gesungen. Eben unter anderem auch dein Stück Gebet nach dem berühmten Gedicht von Rainer Maria Rilke und dieses Stück ist eigentlich zu einem der absoluten Lieblingsstücke meines Chores geworden. Freut mich. Und ich habe mich dazu entschlossen auch bei unserem nächsten Konzert am 24. November unter dem Titel Totentanz eines deiner Stücke aufzuführen, nämlich ein Stück aus dem Zyklus Totentanz, den du 2013 komponiert hast. Der Tanz, sein Totentanz, auf allen Ehren, Ruhm und Glanz, macht jeden, jeden Menschen gleich, ob groß, ob klein, ob arm, ob breit. Sein Tanz ist Warnung, ist Gericht, ist Stundenglas, das uns zerbricht. Der Tod ist nah uns jede Stunde, ist unseres Lebens klaffend wund. Memento Mori, denk dran Mensch, dass du sterben musst. Das war ein Gedanke, der in der Zeit des 30-jährigen Krieges, als die Pest viele Menschen dahin gerafft hat. Zu der Zeit war der Gedanke omnipresent. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass er in unserer, sagen wir mal, weltlichen Welt keinen Platz mehr hat. Wie siehst du das? Ich glaube eher umgekehrt. Angefangen in Krimis, wo immer natürlich einer stirbt am Anfang, bis zu den Meldungen aus der ganzen Welt, wo Menschen gemordet werden, ist der Tod eigentlich präsent. Nur in unserem privaten Raum haben wir den Tod weggeschoben in die Krankenhäuser. Also ich glaube, er sitzt mehr präsent, aber in einem gewissen Abstand zum Menschen, finde ich. Lieber Anton, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast für dieses kurze Gespräch. Und ich freue mich zu wissen, dass du am 24. November auch im Publikum sitzen wirst, wenn wir dein Stück aufführen werden. Für heute bleibt mir zu sagen, danke für deine Zeit. Danke auch. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020